hallo ich habe eine philips ruhe aus dem lampe als produkt ist erhalten meine mann ist aber unbeeinflusst das ganze mal aus hier schon mal so ein quick start guide noch mal das benutzerhandbuch viel kleingedrucktes dann haben wir die lampeneinheit leuchtet in zwei richtungen nach oben und unten ist schon mal so eine edel also so eine metalloptik so ein alu gebürstet oder edelstahl gebürstet hier unten sieht man die leds wenn man reinguckt oben auch aber es kommt ja an die wand ich werde mal weiter sehen so brauche also treu schraubenzieher und wir müssen zwei schrauben lösen dann haben wir hier normale liste klemmen so ich habe das ganze jetzt mal verkabelt und angeschlossen wir sehen also es leuchtet in beide richtungen unserem gelblichen weiß die farbe kann man dann mit der nötigen hardware verändern ich weiß nicht ob ich dafür alles habe das werde ich noch testen ansonsten soweit funktioniert es wer sowas haben möchte kann es sich gerne kaufen ja ich würde mich auch freuen wenn ihr den kanal abonniert oder euch eines der anderen videos anseht kommentare sind auch erwünscht und ich danke dafür dass euch das video angesehen habt das ist ich 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 Vielen Dank.